Wir arbeiten aktuell weltweit mit 17 Functional Leads zusammen und global mit 150 Autoren. Also das ist inzwischen schon eine ganz schöne Anzahl und natürlich ist das Thema Training das absolut wichtigste von uns, weil nur über Training, über ein regelmäßiges Trainingsangebot können wir natürlich auch die Qualität sicherstellen, die wir haben möchten. Und wir machen das aktuell so, dass wir alle zwei Monate von der Personalentwicklung aufgeteilt nach den Regionen einladen zu den Autorentrainings, das auch entsprechend intern kommunizieren und das anbieten und so auch die neuen Fachbereiche natürlich entsprechend einbinden und natürlich auch innerhalb unserer monatlichen angesprochenen Meetings mit den K-Academy-Bereichen das Thema Trainings ansprechen, weil anders als kontinuierliche Schulung funktioniert das nicht. Untertitelung des ZDF, 2020